Soll ich weiter hoch, oder nicht? Wow, schön! Oh, Träumchen! Haha, da ist gestanden Isolanten! Ah, das war im allerletzten Moment! Aber der reicht! Abgeschlossen! Irgendwas passiert hier! Ein Signal von diesen komischen Geräten! Diese Aldi in Fluggänger? Es stört die Kinglor und ihren Lebensraum im Regenwald! Wenn wir den Kinglor helfen, helfen wir auch den Arana Helm! Kannst du einen scannen? Ich werde herausfinden, was die tun! Ja, ja! Wo muss ich hin? Spald so! Alles klar! Das ist ganz schön weit weg! Huiii! Ich glaube, man kann es da hinten schon sehen, oder? Ja, ja! Oh, Träumchen! Oh. Wo ist er jetzt? Wow! Oh, weiter unten. Geronimo da, abgefunden! Da ist gestanden, ich soll landen! Oh, das war im allerletzten Moment! Oh! 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 Haltabstand von der Explosion! Oh! Oh! Das Signal ist stark! Stark genug, um die Mondoberfläche zu durchdringen? Genau! Ja! Es spürt sich ja alles mögliche auf! Meralfunkum, Öl, hey, damit suchen Sie bestimmt nach Brustellen! Jetzt nicht mehr! Oh! 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 Das Signal ist immer noch stark! Das ist nicht wirklich ein Problem, oder? Es macht ja schließlich nichts Schlimmes! Es ist schlimmer als es aussieht! Ich muss es stoppen! Oh, okay! Die Technik dahinter ist aber ziemlich cool! Aber ich verstehe! Woah! What the fuck? Vom weitermachen! Die Vorderung ist ja schon! Das ist ja auch! Oh, das bleibt ja auch! Einmal landen, bitte. Okay, unser erster Kampf im Flug. Also wenn wir näher dran sind, ist es besser. Müssen wir uns merken. Oh, boh. Noch eins zerstört. Öffnet nichts. Die Geräte leiten das Signal ständig weiter. Du musst die Quelle ausschalten. Sieht so aus, als ob der Sender ganz in der Nähe ist. Die RDA-Basis bei den Steinsäulen. Et du es dort. Glaubst du? Wo? Ich will da hin. Dass du gegen die Menschen dort kämpfen musst? Die werden sich während der Lahn. Mit Sicherheit. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die das einfach so hinnehmen. Aber wir sind gleich da. Aber wir brauchen auch wieder Heilung. Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Ich komme! Ach, der sieht es gar nicht hier oben. Meno. Ich lande da. Oh, wieder ein größeres Teil. Ich wünsche dir, dass die geilen Wappen kriegen. Wie soll man schauen, dass es da besseres Equipment oder so gibt zum Kaufen? Für so Schrottteile gebe ich nicht eine Haufe Ersatzteile aus. Könnt ihr knicken. Sehe was. Siehst du da unten? Und da oben. Nicht mehr lang. Das ist ihr letzter Flug. Heute werden wir es beenden. Ihre Asche wird den Himmel verdunkeln. Ich werde sie ablenken. Und lass mir warten, ist er wieder ein Restmauer. Wie es halt immer ist, ne? Ohne uns geht nichts. Daylan, ich gehe jetzt zum Außenposten. Bist du sicher, dass das eine gute Idee ist? Ich kann mich reinschleichen. Edua lenkt die Skorpions ab. Mit deinem Fit bleibst du unentdeckt. Ich sehe nach, ob die Pläne in der Datenbank des Widerstands sind. Vielleicht kann ich so helfen. Das hat ja bisher immer relativ gut funktioniert, ne? Mit reinschleichen. Ich sehe nach, ob die Pläne in der Datenbank des Widerstands sind. Ich sehe nach, ob die Pläne in der Datenbank des Widerstands sind. Ich sehe nach, ob die Pläne in der Datenbank des Widerstands sind. Okay, du musst die Generatoren und die Ölpumpen ausschalten. Das ist alles? Ja. Oh, Moment. Siehst du außerhalb des Bereichs großen Becken? Die sind mit der Hauptpumpstation verbunden und müssen auch zerstört werden. Ich versuch's. Okay, das haben sie jetzt nicht mitgekriegt. Komisch. Ich versuch's. Das war's für heute. Ja, nichts mitbekommen, oder? Nein, nicht durchsuchen können. Oh, da ist ne Götling. Ich möchte das echt gern sneaky schaffen. Anlass Personal, die Bahn des verzeichnenden Bekanen für Stehler. Weg mit dir. Die Bahn des verzeichnenden Bekanen für Stehler. Die Bahn des verzeichnenden Bekanen für Stehler.